Lecky Toffidis, 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 alle lehoush. Toffidis, Toffidis, alle lehoush. Lecky Toffidis, Toffidis, Toffidis. Herzlich willkommen aufs Levinstream Sport. Es ist endlich soweit, jetzt fangen wir an mit unserem PCM24 Singleplayer. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, am Freitag ist die neue WorldDB rausgekommen und wir haben ja gesagt, sobald nach der Tour de France der Patch oder die WorldDB rauskommt, also dass der Patch so lange auf sich warten lässt, habe ich auch nicht erwartet, aber ich habe jetzt die Antwort bekommen vom Hersteller dieses Spiels. Es wird noch ein paar Wochen wahrscheinlich dauern, bis der nächste Patch kommt und so lange können und wollen wir auf jeden Fall nicht warten. Das heißt, heute geht es endlich los und ihr habt es an unserem Song und an unserem Bild, an unserem, wie heißt es, Thumbmail, sagt man ja, habt ihr ja schon erkannt, welches Team es sein wird. Wir werden etwas überraschend mit dem Team Kofidis eine Karriere spielen. Ich habe richtig Bock drauf, ganz einfach aus dem Grund, weil wir bis jetzt immer ganz weit unten angefangen haben, eigentlich als Continental Team, nicht mal als Pro-Continental Team und wir haben versucht, uns hochzuarbeiten. Jetzt fangen wir einfach direkt schon in der ersten Liga an mit dem sehr traditionellen Team Kofidis und da haben wir schöne Ziele, denn wir wollen dieses Team zum besten Team Frankreichs machen. Aktuell, wenn man sich das Team-Ranking mal anschaut von der UCI, sieht man, dass Kofidis nur noch die 4 ist. Wir haben zum Beispiel Arge Dözer, die besser sind, wir haben Groupama FDG, die besser sind und tatsächlich auch Total Energy ist besser im Ranking. Also Kofidis muss definitiv was tun und wenn wir das Ganze mal nach Alter sortieren, sehen wir auch, wie viele Fahrer da über 30 sind oder zumindest älter als 26 sind. Da kommen wir hier, 28, guckt mal. Das heißt also, wir werden einiges zu tun bekommen und wenn wir uns mal die Talente anschauen, sehen wir, so richtige Top-Talente sind da nicht vorhanden. Also, wir werden einiges zu tun bekommen, wir starten jetzt die Karriere und dann werden wir heute auf jeden Fall mal gucken, wie wir denn die Saison planen wollen, denn das ist ja der wichtigste Part direkt zu Beginn einer Karriere, dass man sich erstmal überlegt, ihr habt ja vielleicht meine Tutorial-Videos schon geguckt, mit welchem Fahrer kann ich eigentlich welches Rennen gewinnen und welche Kapitäne ergeben sich bei unserem 30-Mann-Kader. Wir haben, würde ich jetzt mal grob sagen, ohne dass ich mir die Werte jetzt angeguckt habe, sehr viele durchschnittliche Fahrer, die durch Fluchtgruppen definitiv Siege einfahren können, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, kein Kofidis-Fahrer ist bei einem Worldtour-Rennen im Kreis der engen Favoriten. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Klar gibt es ganz leicht hügelige Etappen, wo vielleicht ein Brian Cocá zu den Favoriten gehört oder Berge tappen, wo vielleicht ein Guillaume-Martin mal gewinnen kann, aber, und das werden wir jetzt gleich sehen an den Werten, richtige, absolute Top-Fahrer haben wir definitiv keine. Fangen wir an mit den Sprintern. Da haben wir eben jenen genannten Brian Cocá, den habe ich zuerst genannt, weil er eine unglaubliche Beschleunigung hat und eben auch über die Hügel gut kommt. Also für mich ist das der eigentlich siegreichste Kandidat, wenn es zu einem Sprint kommt. Ebenfalls schnell über die Hügel und im Sprint ist Single, aber der Beschleunigungswert ist deutlich geringer. Also im Normalfall ist Brian Cocá da schon der Käpt'n, wenn es zu solchen Etappenankünftigen kommt. Ganz flach, wenn es bleibt, haben wir Milan Fretin und den Polen Stanislav Anjolowski, aber das sind dann schon eher Fahrer, die können man in einem Massensprint gebrauchen, wenn es flach ist. Und ja, mit Sprint 75 wird es, glaube ich, gegen die ganz, ganz guten Jungs auch für sie einfach schwer. Schauen wir uns mal die Bergfahrer an. Da haben wir Guillaume Martin. Der ist natürlich unser Top-Mann fürs GC. Der kann aufs GC fahren, der hat die Werte dafür, hat allerdings auch eine ganz, ganz große Schwäche und das ist natürlich das Zeitfahren. Er hat auch keinen besonders guten Ebenenwert. Also mit dem ist es, glaube ich, schwer, bei einer Grand Tour in die Top Ten zu fahren. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das versuchen werden. Und was auch ganz cool ist, wir begleiten Simon Geschke in seinem letzten Profijahr und natürlich wollen wir mit ihm, dem 37-Jährigen, dem schönsten Bart des Pelotons, wie man ihn ja auch nennt, mit ihm wollen wir jetzt noch den ein oder anderen Erfolg einfahren. Vielleicht fahren wir auf Bergtrikot bei einer Grand Tour oder wir fahren einfach auf Etappensieg. Der ist ja in der Realität in Giro und die Tour gefahren. Vielleicht machen wir es genauso und versuchen ihm da irgendwie noch einen erfolgreichen Abschluss zu bescheren. Ja, wen gibt es sonst noch? Wer könnte sonst noch für uns Erfolge einfahren? Wir haben natürlich mit Isagiri und mit Herr Radar, nochmal dem anderen Isagiri natürlich, haben wir auch noch gute Bergfahrer. Aber guckt mal das Alter an, die sind wirklich alle ziemlich alt. Ich würde sagen, der Einzige, der jung ist und echt noch Potenzial hat und uns vielleicht zukünftig auch echt Siege noch bringen kann, das ist wahrscheinlich Axel Zingl. Aber ansonsten ist es schon echt ein Team, das einen ordentlichen Umbruch benötigt. So, Zeitfahrer haben wir auch keinen richtig guten. In der Ebene, ja, das sind halt die Fahrer, die Sprinter sind oder halt Benjamin Tomat, den kannst du aber auch bloß in Gruppen schicken. Der wird nicht viel bringen. Kopfsteinpflaster ist der beste, 73. Also ihr seht schon, es wird sehr, sehr schwer, mit dieser Mannschaft Erfolge einzufahren. Aber das ist auch genau das, was wir wollen. Wir wollen eine richtig schöne Herausforderung. Bevor wir loslegen mit der intensiven Saisonplanung, schauen wir uns jetzt erstmal die Ziele des Sponsors an. Ich glaube, die finde ich hier. Genau. Also, was möchte unser Sponsor denn gerne dieses Jahr erreichen? Wir haben natürlich einige französische Rennen und dann die Vuelta. Die haben ja auch eine ganz enge Verbindung. Und Kofidis ist oft Sponsor der Vuelta, also der Rundfahrt. Und dementsprechend kriegen die da auch immer eine Wildcard. Die waren ja ganz lange nicht in der World Tour und haben eine Wildcard für die Vuelta bekommen als französisches Team, weil sie eben eng verbunden sind vom Sponsor her. Deswegen wundert es nicht, dass wir ganz viele französische Ziele haben und dann die Vuelta. Top 20 bei Paris-Nizza in der Gesamtwertung. Sichtbarkeit 9 bei den 4 Tagen von Dönkirchen. Da schauen wir mal, was das genau ist. Eine Sichtbarkeit von 9 entspricht einer sehr hohen Teamleistung im Rennen. Es müssen mehrere wichtige Ergebnisse erzielt werden. Okay, schauen wir mal. Top 20 bei der Tour de France. Okay, das geht nur mit Guillaume Martin, behaupte ich mal. Und dann auch noch Top 20 bei der Vuelta. Das heißt für mich jetzt schon mal ganz klar, dass Guillaume Martin Paris-Nizza fährt. Er fährt die Tour de France und er fährt die Vuelta. Das sollte formtechnisch eigentlich machbar sein. Hier haben wir ein Highlight im Frühling. Dann haben wir hier im Sommer das Highlight. Und die Vuelta kannst du auch gut fahren, wenn du die Tour schon gefahren bist. Also Martin wird für drei dieser vier Ziele verantwortlich sein. Und bei den vier Tagen von den Kirchen, ja, da müssen wir uns was aussuchen. Das ist ja eine relativ kleine Rundfahrt, die eher flach und nur ganz leicht hügelig ist. Das bietet sich eigentlich an, hier entweder für Coca oder für Axel Zingl zu fahren. Zeitfahren ist zum Glück nicht dabei. Also da würde ich sagen, es sind die beiden eventuell unsere Männer. Ansonsten, was ist noch wichtig? Wir haben gewisse Nationen, die wichtig sind. Frankreich und Belgien. Was ist Nordpart de Calais? Das muss ich mir gleich mal anschauen. Da werde ich jetzt live googeln parallel. Part de Calais, was könnte das sein? Es ist die nördlichste Region Frankreichs. Sie liegt an der Grenze zu Belgien. Okay. Das wäre absolut geil. Und Ziel Nummer drei wäre dann, dass wir das Team einfach zum besten Team der Welt machen. Dann wird es natürlich auch ein bisschen internationaler und nicht mehr so französisch lastig. Aber wir wollen schon den Charakter des Teams jetzt erstmal zu Beginn auf jeden Fall beibehalten. Ich werde gleich für meine ganzen Jungs die Saison planen. Bevor ich das tue, schauen wir uns jetzt aber mal den Kalender an. Denn den müssen wir glaube ich am 2. Januar direkt bestätigen. Und wir wollen natürlich jetzt nicht unnötige Rennen fahren, die uns ermüden lassen und wo wir jetzt nicht so die großen Ziele dran haben. Also Santos Tour Down Under bestreiten wir auf jeden Fall. Das ist das erste Rennen, welches für uns auf dem Kalender steht. Dann würden wir quasi parallel in Spanien unterwegs sein. Die Frage ist, wollen wir das? Oder wollen wir erst ab dem 24. die Mallorca Challenge fahren? Das würde bedeuten, dass wir die zwei canceln. Das würde ich fast sagen. Mallorca Challenge weiß ich auch gar nicht, ob wir das müssen. Dann hätten wir hier Surf Coast Classic. Ja, das müssen wir auch nicht fahren. Also ich möchte nicht die ganzen unnötigen Rennen fahren. Ne, die nehmen wir alle raus. Auch wenn Spanien wichtig ist für unseren Sponsor. Da haben wir dann die Vuelta und ein paar andere spanische World Tour Rennen. Da brauchen wir die nicht alle fahren. Carol Evans nehmen wir natürlich mit, weil wir eh schon in Australien sind. Das ist wieder Mallorca Challenge. Die nehmen wir raus. Ja, und dann fahren wir natürlich in Frankreich. Die Saisoneröffnung in Frankreich ist ja traditionell schon seit vielen Jahren immer in Marseille. Das ist ein hügeliges Rennen. Das könnte was für uns sein. Also die ganz, ganz flachen Dinger sind wahrscheinlich nichts für uns und die ganz, ganz bergigen auch nicht. Aber sowas könnte uns liegen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann hätten wir theoretisch die Alulatour in Saudi-Arabien. Die sage ich auch ab. Sehe keinen Grund für uns in Saudi-Arabien zu fahren. Hier sind wir dann in Spanien. Unterwegs Valencia. Das passt mir schon eher. Überschneidet sich aber natürlich mit dem Etoile de Besèges. Das weiß ich nicht, ob wir das machen wollen. Ne, dann canceln wir auch hier Spanien. Dann fahren wir das Etoile. Und dann die Tour de la Provence. Könnte man auch fahren. Das ist jetzt halt alles Frankreich. Aber wie gesagt, wir wollen es schon durchaus ein bisschen französisch gestalten hier. So, dann hätten wir am 12. wieder frei. Ich möchte zu Beginn keine Rennen parallel fahren, weil wir einfach nicht so viele Fahrer so früh schon in Form haben. Das wäre dann ein bisschen verschwendet. Also ab dem 12. hätten wir wieder Zeit. Dann nehmen wir Mursia auch raus. Oman nehmen wir auch raus. Wieso sollten wir dort fahren? Da ist die Radsportbegeisterung eh nicht groß. Das verstehe ich sowieso nicht, dass es dort jetzt so viele Rennen gibt. Das könnten wir dann fahren. Bis zum 18. Dann hätten wir aber hier wieder die Überschneidung mit Frankreich. Nö. Wir bleiben jetzt erstmal komplett in Frankreich. Das reicht uns jetzt erstmal. Bis zum 18. Und dann am 19. die World Tour. Das ist dann die UAE Tour. Da will ich aber eine Einladung haben. Da habe ich noch gar keine. Und dann würden wir natürlich in Frankreich wieder fahren. Hier wird es dann ein bisschen parallel. Boah, hier wären es dann direkt drei Rennen parallel. Ne, dann lassen wir die UAE Tour tatsächlich weg. Weil wir fahren ja vorn Adash auf jeden Fall. Und Omlopet Newsbot müssen wir auch fahren. Das heißt, hier wird es jetzt dann parallel. Aber das macht nichts. Weil hier kommen dann die ganzen Klassikerjäger und Kopfsteinpflasterfahrer mit aufs Tableau. Belgien ist wichtig. Lass uns doch dann das hier mitnehmen. La Jeglia fahren wir. Dann fahren wir Stradi Bianca natürlich. Wir fahren Paris-Nizza, Tireno-Adriatico. Dann haben wir bis zum 11. quasi zu tun. Dann können wir hier wieder in Frankreich fahren. Unglaublich, wie viele Rennen es in Frankreich gibt. Da sagen wir jetzt aber mal ein französisches Rennen ab. Weil wir hier parallel Sanremo fahren. Und das könnte ich schon mal an. Mailand Sanremo könnte für uns das erste richtig krasse, wichtige Rennen werden. Weil ich glaube, dass wir da eventuell eine Chance haben. Klar, Paris-Nizza ist vorher, Stradi Bianca. Aber ich glaube, Mailand Sanremo könnte für uns richtig geil werden. So, dann fahren wir natürlich Katalunya. Da sind wir dann in Spanien unterwegs für unseren Sponsor. E3 fahren wir. Ich würde eigentlich auch Depane fahren. Wenn sie uns den einladen. Gerhard Weffelchen fahren wir. Parikame Bär fahren wir. Duartor Flandere natürlich. Das nehmen wir auch mit. Alles nehmen wir mit hier. So, und dann sind die ersten drei Monate erstmal geplant. Indoor Rhein fahren wir auch. Ja, komm, lass uns das auch fahren. Ich werde nicht alles auf der Kamera natürlich aufnehmen. Also sonst kommen wir gar nicht vorwärts. Aber die wichtigsten Rennen und ein paar Highlights und so weiter werde ich euch auf jeden Fall natürlich zeigen. Und das erste große Highlight ist die Santos Tour Down Under. Aber jetzt gucken wir erstmal, was es alles zu tun gibt. Wir starten ja hier jetzt erstmal unsere Karriere. Also die Vorsaison müssen wir jetzt erstmal planen. Ähm, da gehe ich, glaube ich, einfach hier irgendwo drauf, ne, auf den Kader. Und dann kann ich hier irgendwo, hier kann ich das einstellen, genau. Also, was ich immer mache, ähm, ich stelle eigentlich alle auf normal. Und dann suche ich mir ein paar aus, die, ähm, im Januar und Februar für uns Rennen bestreiten sollen. Also ich, ich rate davon ab, hier ganz viele Leute auf sehr hoch zu stellen, weil das natürlich schon ganz schön ermüdet. Niedrig würde ich auch sein lassen, weil die dann nämlich einen extrem steilen Formaufbau haben. Und das bedeutet, dass sie zwar spät ermüden, aber sie ermüden dann trotzdem zu früh für den Sensorierhöhepunkt. Deswegen stelle ich alle auf normal. Und dann überlegen wir uns, wer könnte denn im Januar und Februar für uns schon für Ergebnisse sorgen. Also wir haben ja auf jeden Fall, ähm, die Tour Down Under als eigentlich einziges Highlight im Januar und auch im Februar. Erst Ende Februar kommen dann die Kopfsteinpflaster, Jungs. Also ich würde sagen, bis 24., bis zum Omelope, ist halt wirklich das Highlight, äh, die Tour Down Under und das Cattle Evans Great Ocean Road Race. Und dann haben wir halt hier französische Rennen. Aber wir haben sieben Fahrer, die hier in diesem Zeitraum für uns, ähm, für Ergebnisse sorgen sollen. Ich glaube, das können wir so jetzt mal zusammenfassen. Was haben wir denn bei der Tour Down Under, was brauchen wir da? Also das ist ein Massensprint, allerdings ganz leicht hügelig. Zweite Etappe ebenso. Dritte Etappe, ja, das ist ein ganz flacher Massensprint, würde ich sagen. Das ist auch ein ganz flacher Massensprint. Und dann haben wir den Wilanga Hill und den Mount Lofty. Also, wenn du das GC gewinnen willst, musst du eigentlich ein guter Puncher sein. Also einer, der gut und explosiv den Hügel hochfahren kann. Und Sprinter, wäre es gut, wenn sie ganz gut am Hügel wären, würde ich mal sagen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Moment mal, da müssen wir hier aufs Team. Gehen wir nochmal zum Kader und schauen uns mal die Fahrer an. Also, klar ist ja, äh, was die Sprints angeht, das können eigentlich nur Axel Zingl und Brian Korka machen. Die haben halt auch die Möglichkeit, ach, eigentlich müssen wir da mit Zingl auf GC sogar fahren. Weil der hat einen guten Hügelwert und wir haben nicht wirklich viel bessere. Also der einzige, der bessere ist, ist Martin. Und den wollen wir sicher nicht jetzt schon verbrauchen. Also Axel Zingl könnte hier unser Mann für die Sprints sein und unser Mann fürs GC. Ich würde sagen, den planen wir auf jeden Fall ein. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wer für ihn die Sprints anfahren könnte. Das könnte Oldani machen und der ist auch stark am Hügel. Dann hätten wir das Duo Zingl Oldani und dann würde ich ehrlich gesagt auffüllen mit Fahrern, die eher weniger gut sind, dass wir da schon mal die Renntage haben. Alexis Renant können wir mitnehmen, weil der einen sehr, sehr guten Ebenenwert hat. Und ansonsten füllen wir auf mit den schwächeren Fahrern. Also da nehmen wir dann die hier mit. Die, also, wir haben halt keine Werte, die uns bei wichtigen Rennen was bringen. Das heißt, ähm, das können wir hier gleich so einstellen. Also wir nehmen die auf hoch hier unten. Noppe Ben Hermanns auch direkt noch. Harrison Wood nicht. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und die beiden anderen sind unsere beiden Captains. Da nehmen wir Zingl und Oldani. Gut, Renant haben wir gesagt, wollen wir auch noch haben, ne? Da nehmen wir Renant auch noch. Und dann nehmen wir von den einen da unten einen weg. Gut, Ben Hermanns, also der ist halt, der ist halt wirklich schon 37, ne? Wen nehmen wir denn dann weg? Ja, nehmen wir Ben Hermanns weg, der fährt nicht. Und dann hätten wir quasi unser Team für Januar und Februar schon. Und da wir ja nicht so viele Rennen fahren, reicht das auch völlig aus. Das heißt, ich kann hier jetzt auch schon bestätigen. Kalender haben wir vorbereitet. Talentsuche müssen wir gleich noch machen. Da gehen wir auch gleich rein. Ja klar, wir wollen natürlich das neue französische Megatalent finden. Das ist ja ganz klar. Wir haben super viele Scouts. Ich hoffe, dass die sich ja auskennen in Frankreich. Da sind wir doch. Hier haben wir Deutschland, hier haben wir Frankreich, hier haben wir Spanien. Ja, wo sehe ich jetzt, wie die sich auskennen? Benelux, Frankreich, 5. Er ist eher Kolumbien und Portugal unterwegs und er ist Spanien und Südamerika. Also dann ist das unser Dude hier. Der kümmert sich um Frankreich. Da er sich aber auch noch in Benelux gut auskennt, machen wir das doch auch. Ja, was ist jetzt Benelux? Das müssten ja die hier sein, ne? Das ist ja Belgien, Niederlande und Luxemburg. Das müsste so doch auch gehen. Ja, genau, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, damit ist er fast ausgelastet. Holland, Benelux und Frankreich. Also Benelux, da haben die Holland nicht dazu gezählt, oder wie? Naja, für mich ist das, also das heißt ja, Benelux heißt ja Belgium, Netherlands, Luxemburg. Deswegen müsste die Niederlande eigentlich dabei sein, aber die haben Holland hier einzeln mit dabei. Das verstehe ich nicht ganz, aber ist ja wurscht. Damit haben wir ihn schon mal ausgelastet. Er hier könnte dann suchen in Kolumbien und Portugal. Ja, machen wir das doch. Portugal haben wir hier. Und Kolumbien ist ein bisschen woanders. Wie komme ich denn hier eigentlich raus? Das ist eine gute Frage, ne? Wie komme ich hier nach Kolumbien? Ah, so geht's. Achso, ich kann bloß komplett Südamerika suchen. Tatsächlich. Ich kann Kolumbien gar nicht einzeln auswählen. Doch, kann ich. Und was ist das? Das kann ich nicht wählen. Okay. Ja, dann soll der hier doch einfach noch ein bisschen in der Gegend suchen, wenn er schon da ist. Ja, das reicht. Okay, dann, ähm, jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich rauskomme. So, wen haben wir jetzt noch als Scout? Den hier unten. Der macht natürlich Spanien und Südamerika auch. Also, der kann sich auf Spanien konzentrieren. Südamerika macht ja unser anderer Dude. Jo, das war's dann auch schon mit dem Scouting. Und das ist ja so ein bisschen mein Kritikpunkt. Relativ wenig kann man eigentlich tun. Irgendwann kommen dann die Berichte. Dann kann man hier natürlich auch was tun. Man könnte auch ein U23-Team gründen. Aber, ähm, so richtig viel kann man im Scouting nicht machen. Und für ein Managerspiel, finde ich, müsste es eigentlich mehr sein. So, jetzt haben wir die E-Mails gelöscht. Jetzt gehen wir einfach alles durch. Einrichtungen. Oh ja, das wird natürlich nice. Das ist ja auch ein richtig neues, geiles Feature in diesem PCM. Das machen wir auf jeden Fall. Das können wir für, ähm, vielleicht können wir das jetzt sogar schon machen für die Tour Down Under. Ist es uns das wert, hier ein bisschen was zu pushen für Axel Single? Plus 1 auf Tagesform für Zeitform. Das bringt uns natürlich nichts. Was haben wir hier? Zeitform, Zeitform, primäre Attribute. Ausgenommen Zeitform. Plus 0,2. Nee, das bringt uns nichts. Das ganze Team kann man natürlich verbessern. Wäre natürlich nice, ähm, für, Für die Kopfsteinpflaster-Geschichte, ne? Aber das würde das ganze Team tatsächlich betreffen. Das ist eigentlich zu teuer dafür, dass wir da keinen Kandidaten haben. Das will plus 0,1 geben. Das auch plus 0,2. Boah, das lohnt sich schon fast. Das wären dann plus 0,4. Kostet uns aber, ja, über 100. Boah, das wird schon, weiß ich nicht, reicht das Geld technisch? Wie würde das jetzt funktionieren? Wir klicken das an. Und dann würde es wirklich komplett das ganze Team pushen um 0,2 bei den Attributen. Es dauert eine Woche, bis es umgesetzt wird. Und dann gilt es für eine Saison. Das machen wir jetzt einfach. 0,2 gibt das Boost. Und die Kohle ist schon weg. Das kann ich jetzt nicht machen, aber das könnte ich auch noch machen. Das würde 0,1 nochmal geben. Jetzt machen wir auch. Zack, die Kohle wird rausgeworfen hier bei Cofidis. Das ist ja der Wahnsinn. Aber wir machen jetzt genau das, was ja den französischen Teams oft vorgeworfen wird. Nämlich, dass sie nicht so professionell arbeiten, was Technik angeht, was Ernährung angeht, was Training angeht. Und wir wollen jetzt hier wirklich aufs Ganze gehen und das Team wirklich nach vorne bringen. Das auf jeden Fall. So, jetzt können wir ja hier noch was machen, ne, mit den Sponsoren. Rennziele. Genau, da können wir noch was bearbeiten. Also die vier Tage von den Kirchen finde ich ein bisschen lame. Die würde ich gerne ändern. Die kicke ich jetzt hier einfach mal raus. Die anderen Ziele finde ich absolut realistisch und sehr, sehr cool. Aber, ähm, Kriterium, die Dauphiné, macht eigentlich mehr Sinn, theoretisch, dass man da noch ein Ziel rein tut. Weil die vier Tage von den Kirchen, come on. Dauphiné, sagen wir mal, ähm, Top 20, wäre das gut? Ja, das wären auch wieder drei Punkte. Das wäre eigentlich okay. Ein bis zwei Rennen pro Zeitraum. Ne, ich hab's jetzt eben nicht. Zeitraum 2 ist nicht erfüllt. Das finde ich ein bisschen nervig. Das ist mir auch schon aufgefallen bei meinem Test, als ich das Testvideo gemacht habe. Du musst jetzt gucken, dass das im Zeitraum 2 erfüllt wird. Kann natürlich sein, dass es da jetzt keine Rennen gibt, wo das reinpasst. Was ist denn beim Chiro? Ist der Chiro Zeitraum 2 tatsächlich? Aber wir haben jetzt mehr Punkte. Ja, weil es hier drei Punkte ist und ich darf aber nur sechs bis zehn Punkte vergeben. Das heißt, der Chiro kommt nicht in Frage. Ich muss eins nehmen, was zwei Punkte kostet. Pari-Roubaix wäre natürlich ein Megaziel, aber da haben wir keine Chance. Das brauchen wir gar nicht probieren. Ja, auf denen ist das echt wichtig mit Dünnkirchen. Das steht hier ganz oben. Guck mal. Mit dem hier noch. Ja, da müssen wir es wahrscheinlich doch nehmen. Da müssen wir doch Dünnkirchen nehmen. Schade. Ich hätte da irgendwie was Besseres genommen. Muss ich da Sichtbarkeit nehmen? Lass uns doch sagen. Gewinnen Sie... Boah, das ist aber krass. Gewinnen Sie drei Etappen, Sichtbarkeit neun. Ja gut, dann lassen wir es. Dann lassen wir es so, wie es ist. Ich kann hier jetzt auch nichts hinzufügen. Ich würde hier gerne noch mehr Ziele hinzufügen, aber... Das ist ja jetzt hier erstmal nicht möglich. Okay. Saisonziele. Gewinnen Sie fünf Worldtour-Rennen und kommen Sie unter die Top 16 der Teamwertung. Okay, das finde ich realistisch. Das sind geile Ziele. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Finanzen, Nationalteam, das überspringen wir mal. Team müssen wir, glaube ich, jetzt auch nichts machen. Klar, Saisonplaner und die Ziele für die Fahrer festlegen, machen wir auch. Personal lassen wir in der ersten Saison, wie es ist. Wir werden erst ein paar Änderungen strukturell vornehmen, dann zur zweiten Saison. Trainingslager boykottiere ich im Übrigen. Das halte ich für Cheaten, das machen wir nicht. Material lassen wir auch sein. Talentsuche haben wir schon gemacht und bei den anderen Sachen gibt es eh nichts zu tun. Dann gehen wir jetzt mal rein in die Ziele. Ich zeige euch das jetzt mal anhand von Guillaume Martin. Der soll ja für uns, was haben wir gesagt, bei Paris-Nizza, bei der Tour de France und bei der Vuelta, soll der ja auf GC fahren. So, wir brauchen für ihn einen absoluten Edelhelfer, der immer an seiner Seite ist und der fährt die Rennen mit ihm zusammen. Da würde sich natürlich Yon Isagiri anbieten, aber Yon Isagiri wäre auch einer, der auch auf GC fahren könnte, wenn Martin mal nicht am Start steht. Gesche wäre möglich, aber den schicke ich zum Chiro. Ich würde sagen, Herada und Elisont. Herada und Elisont fahren jedes Rennen mit Goya Martin. So, jetzt gehen wir mal rein bei den Zielen und dann schauen wir uns das mal an. Gehen wir auf Fahrer und dann gehen wir gleich mal auf Martin und dann planen wir mal schön die Saison für ihn. Da ist er. So, wir schließen, wir ballern jetzt erstmal alles raus, was hier drin steht. Tour können wir gleich drin lassen, die brauchen wir ja. Ansonsten ballern wir alles mal raus, um das hier ein bisschen clean zu haben. Sehen wir schon, hier ist jetzt nur die Tour de France drin. Wir nehmen auf jeden Fall die Vuelta rein. Wo ist die? Hier. Hinzufügen. Und wir nehmen rein Paris-Nizza. Und ist das März? Jawohl, nehmen wir auch mit rein. So, dann hat er seine drei Höhepunkte. Alle anderen Rennen, die muss ich ihm hier nicht als Ziel setzen. Die kann ich dann auch einfach ihn nominieren, wenn ich ihn haben möchte. Aber jetzt können wir hier ein bisschen Feintuning machen. Paris-Nizza ist eine Woche lang. Es macht keinen Sinn, dass er hier schon absolute Topform hat. Das heißt, ich klicke mit der rechten Maustaste hier rein. Oder mit der linken, ich glaube, ist es tatsächlich egal. Und mache hier einen dunkelgrünen Balken rein. Hellgrün ist absolute Topform. Dunkelgrün ist so kurz davor. Hier nimmt er dann die Form sofort ab. Geht aus dem Training raus und chillt. Ich glaube auch, dass wir ihn die Adelien-Klassiker nicht fahren lassen. Dafür ist es zu. Dann müsste er im Mai ja auch noch und Ende April auch noch gut sein. Das machen wir nicht. Tour de France. Auch hier ändern wir was. Das ist nämlich ganz schlecht vom Game gemacht, dass er hier schon absolut die Spitzenform hat. Weil dann geht ihm am Ende nämlich die Form aus. Wir gehen hier mit dunkelgrün rein und haben dann das volle Grün. Und dann haben wir das normale Training hier ebenfalls. Gehen wir mit dunkelgrün rein und gehen dann in die Topform rein. So, das ist jetzt das Feintuning bei Guillaume Martin gewesen. Natürlich kann er auch noch woanders Rennen fahren. Aber es macht keinen Sinn, ihm da diese ganzen knallgrünen Balken zu geben. Oder jetzt zum Beispiel im Mai noch was dazu zu tun. Das wäre totaler Quatsch. So, und was jetzt gemacht wird, pass mal auf. Wir haben Martin. Da müssten jetzt die Rennen drin sein. Genau. So, und jetzt kann ich das doch überschreiben für die beiden anderen Kollegen. Wen haben wir? Elisant. Haben wir gesagt. Und wer war der andere? Das war Herr Rader, ne? Wo ist denn der gute Herr Rader? Da ist er. So, und was kann ich jetzt machen? Kopieren Sie die Ziel des Fahrers aus der Liste für die unten gewählten Fahrer. Okay. Also, ich will ja Martin kopieren. Moment, wenn ich jetzt hier einen Fahrer auswähle, wird dann Martin überschrieben oder der Fahrer, den ich auswähle? Kopieren Sie die Ziele des Fahrers aus der Liste für die unten ausgewählten. Ich teste das jetzt mal bei einem anderen. Sagen wir mal Peres und Thomas. Das ist ein bisschen unklar ausgedrückt, finde ich. Wo ist Thomas? Jetzt finde ich ihn wieder nicht. Wie ist das denn sortiert? Alphabetisch ja nicht. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Okay. Okay, Peres bekommt also die Form von Thomas. Okay. Damit wissen wir, wie wir es machen. Herr Rader wird markiert. Und, ähm, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Wo ist er jetzt? Ein bisschen unübersichtlich ist es natürlich bei so vielen Fahrern. Aber da kommt man schon klar. Herr Rader und... Elisont. Dann machen wir da und dann machen wir hier Martin. Und jetzt prüfen wir es gleich mal, ob das geklappt hat. Jetzt müsste Elisont genau den gleichen Formaufbau haben, wie das bei Martin der Fall ist. Oder Herr Rader können wir auch hinklicken. Das Ding ist aber natürlich, diese Feinjustierung, die wir gemacht haben, die wurde nicht mitkopiert. Das heißt, die machen wir jetzt manuell noch rein. Und ich gebe euch wirklich den Tipp, macht das. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht dann in der letzten Woche. So, so läuft es jetzt ab. Elisont machen wir es auch noch. Und dann kümmern wir uns gleich um die Tour Down Under Dudes. Wo ist er? Elisont. Ist das jetzt alphabetisch? Da ist es jetzt alphabetisch. Okay. Dann machen wir es hier auch noch. So, und dann kümmern wir uns um die beiden Kollegen, die jetzt gleich im Januar und Februar Leistungen abliefern müssen. Das sind ja Axel Zingl. Der hat jetzt zum Beispiel nicht die Tour Down Under drin. Die nehme ich jetzt auf jeden Fall rein. Zack. Ich würde dann dafür ein bisschen was rausnehmen. Meilen Sanremo fährt da auf jeden Fall. Stradi Bianca auch. Lüttich, Bastione, Lüttich. Nein. Auf keinen Fall fährst du das. Das macht gar keinen Sinn. Die Romo D, das wäre vor dem Giro. Weiß ich auch noch nicht, ob wir die brauchen. Die mache ich jetzt auch mal raus. Dann haben wir die Vuelta drin. Da kümmere ich mich später drum. Jetzt geht es erstmal darum, dass die Tour Down Under dabei ist. Und weil wir da wirklich gute Form haben wollen, machen wir da jetzt einen richtig schönen Formaufbau davor schon. Das ist jetzt ausnahmsweise, aber wir wollen mit ihm halt echt bei Down Under schon richtig gute Ergebnisse einfahren. Vuelta fährt da, soll der die Tour noch fahren? Ich würde sagen, dass der eher den Giro fährt. Ich würde den eher den Giro fahren lassen. Machen wir den hier noch rein. Und wie gesagt, auch hier natürlich die Geschichte. Und wenn es kein GC-Fahrer ist, kann man es durchaus auch so machen, dass man sagt, pass mal auf, Single in der letzten Woche muss der keine absolute Top-Form mehr haben. Da gehen wir hier rein. Oder auch bei der Vuelta. Da gehen wir formtechnisch schon wieder ein bisschen runter. Dass der halt schneller wieder auf die Beine kommt. Und das ist halt auch krass. Eine ganze Woche Vollgas-Training für Meilen Sanremo. Danach Form runter. Ich hoffe, dass der zum Giro dann wieder in Form kommt. Aber in der Mitte sollte er dann auf jeden Fall wieder da sein. So, bei Oldani machen wir es jetzt auch noch. Zumindest tun wir da mal eben die Tour Down Under rein. Und auch er soll natürlich davor schon ein bisschen die Form finden. Und den Rest lassen wir jetzt erstmal so. Ich werde auch nicht bei jedem Fahrer die Saison planen im Voraus. Ich suche mir ein paar Leute aus. Wie zum Beispiel eben Martin. Ich werde es jetzt auch noch bei Kokar machen. Dass wir die auf jeden Fall dann bei den wichtigen Rennen auch in Form haben. Und die anderen Fahrer, die Helfer, die lasse ich jetzt einfach mal größtenteils so, wie sie sind. Da habe ich erstens weniger zu tun. Und zweitens ist es auch ein bisschen realistischer. Weil auch in echt ist es ja so, dass die Fahrer nicht immer punktgenau ihren Form haben, wenn sie das haben müssen. Dementsprechend lassen wir das jetzt so. Ja, das soll es jetzt gewesen sein für den ersten Spielzug. Rennen fahren wir heute keins. Dafür hat das ganze Management zeuchtet so viel Zeit beansprucht. Aber in der nächsten Ausgabe, das kann ich schon mal verraten, fahren wir die Tour Down Under mit unseren beiden Fahrern Oldani und Axel Zingl. Sind wir mal gespannt, was da natürlich drin ist. Genau, die Optionen muss ich mir noch angucken. Habe ich hier Extreme drin? Ja, habe ich. Okay, das lassen wir auf jeden Fall drin. Tagesformen plus drei, minus drei. Dass ihr das auch mal seht, so stelle ich das Ganze immer ein. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt dabei aufs Levin's Stream Sport. Bleibt dabei aufs Levin's Stream Sport.